Keiner kann uns Druck machen. Wir sind freiwillige Menschen und das allein liegt nur an uns beiden, ob wir weiterlaufen oder nicht. Keiner kann uns vorschreiben oder vorsagen. Wir machen das, was wir lieben. Und wenn wir fühlen, dass wir weitermachen können, dann machen wir. Wenn nicht, dann machen wir nicht. Wir wollen dieses Jahr wirklich unsere Medaille in Pingchang genießen, als schon denken, was in vier Jahren ist. Wir gehen Schritt für Schritt, Tag für Tag und Monat für Monat, als denken, was in vier Jahren ist. Vielleicht nicht ganz, es kommt immer und immer mehr und mehr, jeden Tag oder halt. Und jedes Mal, wenn Leute uns erinnern an diesen Moment, dann sagen wir, okay, wir haben was geschafft, was wirklich sehr werthaltig ist. Und ja, man schätzt jeden Tag mehr und mehr. Und man ist stolz auch jeden Tag mehr.